...aus Gold, man kann sich davon schon Gott sein, einigermaßen heroben. Und der Tags ist sich schön, von dem die, die man weint. In der Nacht wird sie heiß und verschwindet jedes Eis. Gut, sie waren übersehen, der neue Annelie. In die Orde nachher hoch, wurden sie auch nicht froh. Sie kennen dener Wiss, besonders intensiv. Sie trauen vom Baris, von uns doch, von einem Ohr, ist doch. So haben sie schon bei Nachts gesehen, haben sie das schon hin. Macht sie zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche noch immer beginnt. Achten sie nicht auf das Wiesnrad, so etwas lehnt sie nur ab. Wie es sich oft schon bewiesen hat, wird ihre Zeit viel zu lang. Diese Stadt ist ein Scheiß, die ist ein junger Wiesnrad. Alle Ziele sind dahin, alle mögen sie sehen. Gut, sie waren übersehen, der neue Annelie. Wenn die Orde nachher hoch, wurden sie auch nicht froh. Sie lieben Mexiko, die Rom und Tokio. Sie machten den Perl und da gelangt ein Auge zu. Haben sie schon bei Nachts gesehen, haben sie das schon hin. Macht sie zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche noch immer beginnt. Fragen sie nicht nach dem Steffans-Dom, warum und warum er gebaut. Suchen sie nicht nach dem Donau-Strom, den hat man sicher verschlaut. Diese Stadt sind jetzt an, die erlaubt einfach mehr. Alle Ziele sind dahin, alle mögen sie sehen. Gut, sie waren übersehen, wenn neue Annelie. Die Orde nachher hoch, wurden sie auch nicht froh. Sie wurden durch die Welt, sogar nach Fürstenfeld. Sie haben ein Berge mit Rassaden. Sie haben ein Berge mit Rassaden. Sie haben ein Berge mit Rassaden. Vielen Dank für diesen überaushaltlichen Dank. So ist es in der Hausgabe. Schön, dass es uns geklappt hat. Es ist wirklich unglaublich. Wer hätte so etwas für möglich gehalten? Wir leben gerade, wie verwundbar wir eigentlich sind. Dabei könnten wir sogar einen Meteoriten, der die Erde bedroht, mit Atomraketen von seiner Bahn ablenken. So wie das behauptet das Wladimir Putin. Was für ein Glück, das wir in Hand haben. Und dann kommt plötzlich so ein kleines Spiel. Sperrt uns ein. Er schüttert unsere Grundrede, spaltet die Gesellschaft und stellt die Regierung vor schier unlösbare Aufnahmen. Na, unössig von mir. Das ist ja, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr erkein bin. Das ist ja, wenn ich nicht mehr erkein bin. Aber das war... Vielen Dank.